Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich darf jetzt die Schallplatte auflegen. Ein paar Dreh. Wenn er so gesagt hat er kommt hier unten Schlüssel. Hat sich doch gelohnt. Auf die Karte. Das Porträt abgeben. Auf die Karte. Und dorthin. Ha. Bei 7 bin ich fertig. Ja. Statt es auch einfach haben. Das wird schon wieder. Ok. Kurz einen Überblick verschaffen. Fußabdrücke. Kirche. Apfelkern. Amor. Lyra. Fisch. Öflechtchen. Briefmarke. Ok. Nicht irgendwas blenden. Da ist die Öffnung. Das ist die Öffnung. Das ist die Öffnung. Das war jetzt total geraden. Aber jetzt habe ich den Fisch. Das war jetzt total geraden. Aber jetzt habe ich den Fisch. das tut halt so gut. Auf die Karte. Ach. Bloch. Das ist die Dieinde. Das ist die Hanz Rate. Und das ist die Hanz. Und die Wasch. nicht kommen Baum Zonur Paffeebohne Zwiebelfußabdrücke 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 Kaffeebohne Zwiebel Kaffeebohne Zwiebel Mal kurz gucken, wo ich danach hin muss. Nix mal hin. Steht mal nix fest. Ah, zwiebeln. Wo ist die Kabypohr noch? No. Wo ist die Kabypohr noch? No, ich war nur noch mal vorfällig, dass es irgendwie so ein Pop zu Ende geht. No. 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 haben wir können und da ich mich lange beeilen muss ein Ölflasche irgendwas muss ich doch irgendwas muss ich hören genau im Zug warten Warte, da gibt es noch ein bisschen gehen wir aber lieber nochmal zurück und mach da mal weiter was die Pellastatur ist das glaube ich die Beine und die Beine das sollten vier Pluben sein aus dem Prüfungschlag nicht nicht wieder nicht schon wieder ich glaube ich bin noch einmal reicht ich brauche wieder so einen komischen Schlüssel ich bin und guck mal wo ich noch hinkomme da muss ich noch was anledigen ich bin mir fällt ich bin ich bin ein ich bin ich bin ich bin nicht immer da gabel eine Krono und eine Münze. Das ist Krono. Idaxel, die Lupe, jetzt haben wir aber die richtige Feder, Handschuhe, Maske, ich will, wenn der Druckstil läuft, Perle, Luka, der Zug, der Kopf, Zahl 7, vielleicht da, D, leider nicht, und die Spachteln. Die Spachteln, doch, die Spachteln. Die Spachteln. Die Spachteln. Ich würde den Spachteln finden, was da zu Ende geht. Das ist doch eine Spachtel. ich weiß was man noch mit dem zug machen können also muss ich ganz kurz zurück Flüssigkeit ich habe Kaffee dabei ich glaube nicht, jetzt können wir aber noch ein Feuerchen machen und wieder auf die Karte und wieder auf die Karte und wieder auf die Karte und wieder zurück das muss ich jetzt aber nur machen da genau das Fenster musste ich die Griffe nicht das Fenster kann man öfters nicht Taschentuch irgendwo benutzen weil wir irgendwo was weg ich weiß noch nicht mehr wo genau ok ich muss den Hebel auf den Stopp stellen vielleicht hätte ich erstmal langsamer machen sollen das sieht für mich nicht anders aus als ob dieser Albtraum beendet wird doch ich habe den Albtraum beendet zumindest mal vorher oder ganz eher ganz weil den Rest will ich jetzt freischalten ich hoffe ich habe euch einen guten Einblick in dieses wie ich finde das beste Wimmelspiel Wimmelspiel was ich bisher gespielt habe gegeben und ja bis nächste Woche bis nächstes Mal und Vielen Dank.